Und zwar ein Bier, ihr müsst euch teilen. Also dann kannst du losgehen, nachher kommen die normale Höhle. Aber jetzt für euch zum 20. Geburtstag, und da können wir alle stolz drauf sein, es ist die geilste Höhle, die es gibt, oder? Bitte schön, Herr Kackelmeister. Hey Leute, was gibt es Schöneres, als hier und heute mit guten Freunden bei diesem Schöneres, 20 Jahre härte Höhle zu feiern? Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir jetzt auch. All die Fans drinnen sich den Hals aus, doch der Stürmer, der stummt vor. Alle holen, wenn der Ball warnt, zusammen an uns, geht der Tor. Und am Abend, dann am Treten, werden wir zum Lieberhof, sowieso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nur nach Hause, nur nach Hause, geht für mich. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, geht für mich. Alle warten voller Spannung auf das absolute Spiel, denn die Jungs von der Hertha haben alle nur ein Ziel. Heute wollen sie gewinnen für das blau-weiße Trikot, weiß, ich bin sehr riesig und der Schirm hat sehr schön vor. Alle Jungen, wenn der Ball euch vollzieht, nein, das Regner trottet, und am Abend dann an der sie werden, wir zum Lieberhof. Und sowieso, und sowieso, und sowieso, und sowieso, und sowieso, und sowieso, und schatze ich. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, geht für mich. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, geht für mich. Nur nach Hause, nur nach Hause, geht für mich. Nur nach Hause, geht für mich.